Also zunächst mal, wer sich mit der vorläufigen Anwendung von CETA beschäftigt, gerät in den Dschungel der EU-Bestimmungen. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber Sie wissen es bestimmt schon, der CETA-Vertrag besteht aus 500 Seiten und 1100 Seiten Anhänge. Und in dem Moment, wo man meint, man hat eine Bestimmung gefunden, die aussagekräftig ist, muss man damit rechnen, dass es innerhalb dieser 1600 Seiten noch unendlich viele Stellen gibt, wo diese Bestimmung auch vorkommt und wo vielleicht auf Seite 497 alles aufgehoben wird, was Sie vorher zu wissen glaubten. Insofern ist dieser CETA-Vertrag auch für des wirtschaftsenglischen mächtigen Spezialjuristen nicht zu bewältigen und ich behaupte, diese Situation hat System. Auf diese Weise kann die EU-Administration ihren Spielraum erweitern und je nach der aktuellen Lage ihre Möglichkeiten einleiten. Ich habe jetzt diesen Abschnitt eingeteilt in drei Punkte, das sehen Sie. Grundlegende Informationen, wissen Sie bestimmt schon viel davon. Und dann die provisorische Anwendung von CETA und dann habe ich nochmal eine eigene These dazu als dritten Punkt. Erstmal grundlegende Informationen. Es gibt EU-Verträge, da geht es nur um Bereiche, für die die EU die alleinige Kompetenz hat. Und dann gibt es EU-Verträge, da gibt es auch zusätzlich Bereiche, für die die Mitgliedstaaten die Kompetenz haben oder es besteht die sogenannte gemischte Kompetenz. Das heißt, zum Teil ist die EU für diesen Bereich zuständig und zum Teil auch die Mitgliedstaaten beide. Und man spricht entweder von einem reinen EU-Vertrag oder wenn die Mitgliedstaaten mit dem Boot sind, weil ihre Kompetenzen berührt werden, ist es ein gemischter Vertrag. Gibt es jetzt bei den beteiligten Organen unterschiedliche Vorstellungen, ob ein Vertrag gemischt ist oder nicht, dann entscheidet der Europäische Gerichtshof. Die EU hat grundsätzlich das Interesse zu behaupten, es gehe um einen reinen EU-Vertrag. Die Mitgliedstaaten haben ein Interesse daran, dass ihre Kompetenzen hier auch berücksichtigt werden. Dann dürfen sie nämlich mitentscheiden. Jetzt, man unterscheidet bei einem EU-Vertrag zwischen der vorläufigen Anwendung und der Inkraftsetzung. Ich gehe jetzt erstmal auf das Inkrafttreten eines Vertrags ein, damit sind wir bei drittens jetzt angekommen. Ein reines EU-Abkommen erfordert eine qualifizierte Mehrheit im Rat. Es ist jetzt einfach so, in dem Moment, wo nur die EU zuständig ist, braucht sie keine Einstimmigkeit im Ministerrat. Da genügt die qualifizierte Mehrheit. Sind die Mitgliedstaaten mit dem Boot, braucht der Ministerrat die Einstimmigkeit. Da muss dann, also erstmal im Ministerrat heißt, das sind die 28, jetzt bleiben wir bei CETA, die 28 Handelsminister der EU. Das sind die Mitgliedstaaten mit dem Boot. Da braucht man von jedem Handelsminister aus jedem EU-Stadt das Jahr. Ist es ein reiner EU-Vertrag, dann reicht die qualifizierte Mehrheit. Und die qualifizierte Mehrheit ist sehr leicht zu kriegen. Das erkläre ich jetzt nur, weil wir es später nochmal brauchen. Für die qualifizierte Mehrheit braucht ein Vertrag die Zustimmung von 15 von 28 Fachministern oder anders ausgedrückt, 14 Fachminister müssten dagegen sein, um ihn zu stoppen. Wenn Sie sich mal in der EU umschauen und die Haltung zu CETA, es gibt nicht 14 Fachminister, die gegen CETA sind. Da dürfen wir uns gar nichts vormachen. Jetzt gibt es noch eine zweite, war ja eine Zusatzbestimmung. Diese 15 von 28 Fachminister, die man braucht, um den Vertrag in Kraft zu setzen, müssen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU vertreten. Also das dürfen jetzt nicht nur Fachminister sein von ganz kleinen Staaten. Aber wenn man das umdreht, heißt es ja auch, dass es, sagen wir mal, 36 Prozent der Bevölkerung müssen repräsentiert sein von den 14 Fachministern, die dagegen sind. Und die BRD hat grob gesagt 16 Prozent der EU-Bevölkerung. Also anders ausgedrückt, die qualifizierte Mehrheit ist sehr leicht zu kriegen. Für das Inkrafttreten eines gemischten Vertrags bedarf es der Einstimmigkeit im Fachministerrat. Die Quelle ist der AEU-Frau-Vertrag, der zusammen mit dem EU-Vertrag den Vertrag von Dissabon bildet. Und für das Inkrafttreten braucht man die Zustimmung des EU-Parlaments. So, anschließend beim gemischten Vertrag, wenn das EU-Parlament zugestimmt hat, muss der gesamte Vertrag, alle Teile, von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Also der Begriff ratifiziert, also einfach die Gesetzgebungsverfahren in den Mitgliedstaaten durchlaufen. Das würde für uns bedeuten, dass vermutlich sogar auch der Bundesrat gefragt wird, nicht nur der Bundestag. Und wenn ein einziger Staat von den 28 nicht ratifiziert oder diesen Vertrag nicht möchte, ablehnt, ist CETA für alle Zeiten, nein, um Gott, für alle Zeiten leider nicht, aber ist es gestorben. Dann ist der CETA-Vertrag erstmal nicht. Jetzt ist es so, wir haben in 14 von 28 EU-Staaten sogar das Recht auf Volksabstimmungen. Man hört, dass die Niederlande schon an einem Referendum arbeiten gegen CETA. Allerdings sind die Hürden, jetzt bei den Niederlanden habe ich nachgeschaut, extrem hoch. Also man darf sich nicht darauf verlassen, auch wenn die Niederländer dagegen sind, dass es ein Erfolg wird. Gut. Für alle Abstimmungen gilt, was natürlich auch wieder extrem undemokratisch ist, im Bundestag zum Beispiel würde in so einem Fall oder im Bundesrat, im EU-Parlament, wird das Abkommen vorgelegt und es gibt nur Ja oder Nein. Keine Möglichkeit, weil es ja fertig ist, schon nix. Und ich will jetzt nicht über die Leseseele erzählen, das haben Sie sicher schon gelesen. Keine Mitwirkung der Parlamente, Ja oder Nein zum gesamten Vertrag. Da das Ratifizierungsverfahren, und jetzt kommt mein Thema, provisorische Anwendung, in den Mitgliedstaaten Jahre dauern kann, ja, es gibt ja verschiedene Staaten mit zwei Kammern und es kann sehr lang dauern. Und wenn auch Referenten kommen, auch wenn Volksabstimmungen nicht gewonnen werden, aber das dauert natürlich lang. Gibt es die Möglichkeit, den Vertrag vorher schon, während der Phase, wo die Mitgliedstaaten daran arbeiten, vorläufig anzuwenden? Die vorläufige Anwendung endet mit dem Inkrafttreten des Vertrags. Das ist logisch. Damit ein Vertrag vorläufig angewendet werden kann, ich bin jetzt bei 5. 5. muss dieser Vertrag stehen. Ist bei CETA der Fall, werden wir nachher hören. So, jetzt ist es auch wieder logisch, dass die vorläufige Anwendung nur für die Teile des Vertrags gilt, die in EU-Kompetenz fallen. Nur für die Teile, weil die Teile, die in die Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen, darüber wird ja in den Mitgliedstaaten parallel erst abgestimmt. Insofern gilt sie nur für die Teile der EU. Für die vorläufige Anwendung, das ist jetzt wieder wichtig, ist da nur eine qualifizierte Mehrheit im Fachministerrat nötig. Wie gesagt, die ist leicht zu kriegen. Und jetzt kommt der Clou. Die vorläufige Anwendung ist ohne Mitwirkung des EU-Parlaments rechtlich möglich. Ich erspare Ihnen jetzt die Zitate aus dem EUV-Vertrag. Aber es ist nur mit anderen Worten dasselbe gesagt. So, jetzt zur provisorischen Anwendung von CETA. Ich muss sagen, dass diese Tatsache, dass das EU-Parlament bei der vorläufigen Anwendung rechtlich gar nicht gefragt werden muss, das ist so unglaublich, dass, wie ich mir der Sache sicher war, wo immer ich konnte, das verbreitet hat, dass es so ist. Und die Leute haben es mir monatelang nicht geglaubt. Ich habe immer wieder gelesen oder auch gehört, da muss ja erst das EU-Parlament zustimmen, das ist ja nicht so schlimm und so. Und ich habe gesagt, nein, das muss eben nicht. Und ich habe damals auch in meinem Brief an die Abgeordneten Ihnen das mitgeteilt, den EU-Abgeordneten, und die Hälfte wusste es selber nicht. Die haben ja dann Antwortbriefe geschrieben, reden Sie nicht auf, wir dürfen doch abstimmen. Und ich sage, nein, wir dürfen es nicht. So, zur provisorischen Anwendung von CETA, im CETA-Vertrag ist die vorläufige Anwendung vorgesehen, das lese ich jetzt vor, weil das kann nämlich schon am 1. Juni dieses Jahres der Fall sein. Dieser Vertrag wird vorläufig angewendet werden, vom ersten Tag des Monats an, der auf das Datum folgt, an dem die Parteien sich gegenseitig mitgeteilt haben, dass ihre jeweilig relevanten Verfahren beendet sind. Die Parteien können auch ein anderes Datum wählen. Und mein Mann hat schon gesagt, am 13. Mai steht CETA auf der offiziellen Tagesordnung des Ministerrats in der EU, und da steht Unterzeichnung und provisorische Anwendung. Meine einzige Hoffnung ist, mit qualifizierter Mehrheit, wohlgemerkt, da steht dabei Possible, vielleicht wird es beschuldigt, bei der Tagesordnung, ja. So, jetzt doch auch bei der vorläufigen Anwendung gibt es eine gewisse, diese Zombie-Klausel, die auch der Michael schon erwähnt hat, bei der Inkraftsetzung sind es 20 Jahre, ist der Investitionsschutz noch gültig, bei der vorläufigen Anwendung nach der Beendigung wären es drei Jahre. So, es ist also möglich, dass Deutschland auch nach dem Ende der vorläufigen Anwendung von Investoren noch drei Jahre lang verklagt werden kann, und dies auf der Grundlage eines gescheiterten Vertrages, den weder das EU-Parlament noch der Bundestag hinzugestimmt haben. Das ist die vorläufige Anwendung. Und wenn dann die Inkraftsetzung nicht zustande kommt, wir hoffen es, weil eben einige Staaten dann doch nicht dafür stimmen, wer weiß es, dann ist ja der Vertrag gescheitert, und die Investoren dürfen noch drei Jahre lang klagen. Allerdings muss man jetzt sagen, bei der provisorischen Anwendung dürfen sie nur klagen für Umstände, die in der Zeit der provisorischen Anwendung eingetreten sind. Also nicht, was in den drei Jahren neu an Regeln kommt oder an Gesetzen, das ist dann kein klare Grund, sondern die Investition muss in diesen Jahren der provisorischen Anwendung, vorläufig ist es selbe, Anwendung geschehen sein, wie auch die Regel oder die Richtlinieverordnung der EU oder ein Gesetz des Bundestags. So, jetzt noch ein zweiter Punkt hier. Es ist bisher nicht sicher, dass CETA ein gemischter Vertrag ist, beziehungsweise welche Teile des Vertrags unter EU-Kompetenz fallen, welche unter die Kompetenz der Mitgliedstaaten und welche Teile der gemeinsamen Kompetenz unterliegen. Das ist so, dass vom Verfahren her, an diesem 13. Mai, wenn die Kommission den Vertrag dem Ministerrat vorlegt zur Unterzeichnung, gibt sie ihre Einschätzung preis oder vielleicht doch für einige Tage vorher, aber spätestens dann, ob sie diesen CETA-Vertrag für gemischt hält oder nicht. Und dann kann der Ministerrat dazu Stellung nehmen und vielleicht gibt es da Streit, weil der Ministerrat vielleicht sagen wird, es ist gemischt und die Kommission sagt, weil sie das gerne hätte, es ist ein reiner EU-Vertrag. Da würde die Sache sich nochmal verzögern. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass CETA ein gemischter Vertrag ist, es ist aber gar nicht so, dass die Kommission das so sieht. Die Frau Mannström sagt dieses und jenes und es gibt auch eine schriftliche Stellungnahme der Kommission aus dem Jahre 2011. Damals haben wir sich schon ein bisschen gekappelt, der Rat und die Kommission. Die Kommission nimmt die Aussage des Rats zur Kenntnis, dass bestimmte in dem Kapitel des Abkommens über Investitionsschutz enthaltene Elemente Bereich gemischter Zuständigkeit betreffen. Zum Beispiel Portfolio, Investitionen, Streitbeilegung, Eigentum und Eignung. Die Kommission teilt nicht die Ansicht, dass die genannten Elemente in den Bereich gemischter Zuständigkeit fallen. Ihrer Ansicht nach fallen diese Elemente unter die ausschließliche Zuständigkeit der EU. Wir hoffen natürlich sehr, dass es ein gemischtes Abkommen ist. Jetzt habe ich verschiedene Beispiele, was so dazu gesagt wird zu diesem Thema. Der eine sagt dieses und der andere sagt jenes. Interessant ist, dass die Frau Mannström gesagt hat, sie würde sich jetzt beziehen, sie hätte jetzt einen von der EU-Kommission beauftragten Rechtsexperten beauftragt, zu untersuchen, ob CETA gemischt ist oder nicht. Früher hieß es ja, also monatelang, monatelang, monatelang. Man würde sich an dem Abkommen EU-Singapur orientieren, was beim Europäischen Gerichtshof untersucht wird, geprüft wird. Das ist ähnlich wie CETA, hat auch ISDS. Und man orientiere sich daran. Aber jetzt sagt Frau Mannström, es dauert viel zu lang. Und ich nehme an, dass dieser Rechtsexperte doch beim Ministerrat dann auch Widerstand stoßen wird. Wir wollen es ja hoffen. Letztlich, wie gesagt, landet die Sache beim Europäischen Gerichtshof dann doch, wenn Sie sich nicht einigen. Von besonderer Präsenz ist die Frage, ob ISDS zu den gemischten Teilen des Abkommens gehört oder alleine der EU-Kompetenz unterliegt. Sicher ist, klaren Unternehmen im Rahmen des Investorenschutzes erfolgreich gegen die EU oder gegen EU-Mitgliedstaaten, müssen sich diese Mitgliedstaaten je nach Sachlage an den Zahlungen der Schadensersatzforderungen beteiligen oder sie auch ganz übernehmen. Wenn diese Klagen gegen Bundesgesetze laufen, zum Beispiel der BRD, dann muss Deutschland zahlen. Wenn es gegen EU-Richtlinien oder Verordnungen geht, dann muss die EU dran, beziehungsweise wird die ein Interesse daran haben, da auch die Mitgliedstaaten zu beteiligen. Und wenn die zahlen sollen, und es sind ja irrsinnig gesungen, aber gleichzeitig heißt es, das ist EU-Kompetenz und sie dürfen gar nicht darüber abstimmen als gemischten Vertrag. Das ist natürlich auch absurd. So, und jetzt verlassen wir die juristische Ebene und kommen zur politischen Einschätzung, zu meiner, und da ist meine These zur vorliegenden Anwendung, die haben Sie auch. Es besteht die große Gefahr, dass Täter provisorisch angewendet wird, da die Chance, dass Täter in Kraft treten kann, sehr gering ist. Anders ausgedrückt, also meine Argumentation, wo ich weiß, man kann auch anderer Meinung sein, das haben Hypothesen zur Ansicht, oder Thesen, das ist die Möglichkeit, dass Täter in Kraft tritt, ist ziemlich klein. Und bevor jetzt die Kommission Täter in der Schublade verschwinden lässt, werden Sie eher die provisorische Anwendung wählen, ohne EU-Parlament. Obwohl, das kommt nachher nochmal vor, die Frau Malmström schon früher zugesagt hat, sie würde bei der provisorischen Anwendung immer sozusagen gnädig auch das EU-Parlament erst noch abstimmen lassen. Ich glaube, dass das Risiko, das EU-Parlament zu fragen, für die Frau Malmström zu groß geworden ist. Und das hängt zusammen mit dem 8. Juli 2015, da gab es diese TTIP-Resolution. Und da hat das EU-Parlament sehr deutliche rote und auch rosa Linien gezogen in Bezug auf TTIP, was ja noch in der Verhandlung ist. Das ist sehr sinnvoll, was das EU-Parlament akzeptiert und was nicht. Und da hat zum Beispiel, hat sie sich eindeutig gegen Schiedsverfahren ausgesprochen. Und nachdem ICS auch keine Verbesserung ist, wie wir jetzt wissen, spätestens durch den Deutschen Richterbund, ist es so, es geht immer hier um die SPD, weil die SPD ist das Zünglein an der Waage, wenn es damals im EU-Parlament sind 190 SPD-Abgeordnete, jetzt europäische. Und ungefähr 100 müssten gegen CETA stimmen. Und diese Gefahr oder diese Chance für uns besteht. So. Und die Kommission kann sich nicht mehr sicher sein, dass sie die Mehrheit bekommt. Deswegen wird sie das EU-Parlament nicht befragen. Jetzt sagen natürlich andere, Gott, das will ich, das traut sie sich nie. Und dann gibt es noch einen Aufstand im EU-Parlament. Aber es müsste schon so viele Aufstände von den Parlamentariern geben. Insofern weiß ich nicht, ob man davon halten soll. Jetzt hat eben die Frau Malmström, das hat der Michael schon erwähnt, dieses ICS hier, versucht unterzubringen in CETA. Ob ihr das gelingt, weiß man nicht. Sie ist im Gespräch mit dem Herrn Trudeau. Und das ist natürlich spannend, weil die Bevölkerung meint, mit ICS ist alles gut. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, am 10. März trifft der Herr Trudeau den Obama. Und es heißt aus kanadischer Quelle, dass Kanada ISDS behalten muss, weil die Amis es wollen. Die Amis sind der wichtigste Handelspartner von Kanada. Die handeln eigentlich fast nur mit den USA. Und das andere ist, dass eben 80% aller US-Unternehmen, die in der EU eine Niederlassung haben, auch in Kanada eine Niederlassung haben. Und die können die Schiedsverfahren über CETA über Kanada laufen lassen und brauchen nämlich TTIP gar nicht. Weil TTIP, da haben wir alle Hoffnungen, dass es nichts wird. Und wir haben begründete Hoffnungen. Also wann immer man was liest über die TTIP-Verhandlungen, haben wir immer das Gefühl, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber CETA, und das ist eben schwer zu vermitteln den Menschen, das ist halt ziemlich kompliziert, den Umweg zu verstehen. Die US-Investoren, die haben vielleicht TTIP schon längst aufgegeben, die hoffen auf CETA. Und der Trudeau darf gar nicht, obwohl ICS ist auch keine Verbesserung, der muss vermutlich ISDS behalten, was für uns wieder gut ist. Weil dann haben wir ein schlagendes Argument, auch für alle, die verstanden haben, dass ISDS nicht geht und die SPD da im Europaparlament vielleicht auch. So. Es bleibt der Kommission also nur die Möglichkeit der vorläufigen Anwendung ohne Beteiligung des EU-Parlaments, behaupte ich. Und die EU-Handelskommissarin, Frau Malmström, wird sich nicht an ihre Zusage halten, dass das EU-Parlament über die vorläufige Anwendung abstimmen darf. Obwohl es da andere Aussagen von ihr, es gibt eben diese Aussagen, mehrfach hat sie das gemacht. Und danach, es ist möglich, dass die Kommission auf die Kraft des Faktischen setzt und sich im Dschungel der EU-Bestimmungen ihre Schleichwege sucht. Das heißt, wir hätten dann eine provisorische Anwendung und die Frage ist, da gibt es ja keinerlei Deckelung. Wenn das Ding nicht in Kraft tritt, gibt es im Tätervertrag keine Bestimmung, ob das nach zwei Jahren oder provisorische Anwendung ist zeitlos. Aber auch da sagen andere natürlich mit Recht, es ist politisch nicht durchsetzbar. Man kann das EU-Recht nicht beugen und so. Sicher ist, sollte der Vertrag nie in Kraft treten und keiner der Vertragsparteien die provisorische Anwendung kündigen, ist für die vorläufige Anwendung keine zeitliche Begrenzung vorgesehen. Damit bin ich jetzt am Ende meiner Ausführung wieder bei den belastbaren Fakten angelangt. Über den 13. Mai ist übrigens ein Freitag, witzigerweise, Freitag der 13. Mai haben wir schon gesprochen. Spätestens dann sollte man meinen, müsste geklärt sein, ob CETA ein gemischter Vertrag ist oder nicht. Und sollte die vorläufige Anwendung vom Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit am 13. Mai beschlossen werden, kann es durchaus sein, dass damit ISDS oder ICS ab 1. Juni Gültigkeit haben. So.